Ich heiße Dietrich und arbeite als Vorarbeiter bei der Lenderbahn. Bei der Lenderbahn gefällt mir, dass wir im Zweischichtsystem arbeiten und nicht wie viele zum Beispiel Kfz-Werkstätten von in der Früh bis auf Nacht, also von 8 bis 17 Uhr. Und da hat man auch bei uns mehr Zeit für die Familie. Mein Lieblings-Benefit bei der Lenderbahn sind die wahlweise mehr Urlaubstage. Dadurch habe ich mehr Zeit für meine Kinder. Im Vergleich zu anderen Werkstätten haben wir mehr verschiedene Sachen zum Reparieren, zum Arbeiten. Die Maschinen sind auch viel größer als zum Beispiel von einem Kfz. Es ist halt so, als Mechaniker ist das faszinierender, wenn der Motor größer ist. Ich würde jedem Bewerber den Tipp geben, einfach mal bewerben, Probearbeit machen, mal reinschauen, was dahinter an den Torn passiert. Sehr interessant hier.